So, und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Dismantle. Ich war so müde. Ich musste erst mal schlafen. Oh, da müssen aber noch einige schlafen. Ah ja, das schaffen wir schon. Okay, noch mehr. Ja. Der hat gewissen jetzt. Der wollte mich jetzt komplett drops nehmen. Okay, wir gehen erst mal oben lang. Das hat mir jetzt hier unten schon gereicht. Ach komm, lass mich doch da noch. Wir räumen zuerst mal auf, okay. Wir wissen, hier vorne können wir gleich nochmal das lesen. Da unten ist ein Eingang. Und hier. Okay. Okay, okay, okay. Das macht mir also etwas Angst. Weil ich noch nicht abgespeichert habe und es jetzt gerne nur nicht spenden würde eigentlich. So, hier rüber komme ich. Okay. Die rassen ja hier richtig aus. Den ganzen Babys und alles. Ich musste leider lösen. Okay, da drüben. So, jetzt hier runter. Hier geht's runter. Hier geht's rum. Oh, hier können wir einmal angeln. Ich muss nicht mal kurz in die Match-Pump gehen. Und da drüben können wir nur was kochen. Hier sind nur ein paar Materialien. Das Fisch. Ach, dann müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal hier runterlaufen. Ja. So, jetzt müssen wir was holen. Das hatten wir aber schon lange nicht mehr. Eine Tomate. Haben wir nicht dabei. Merken, gleich eine Tomate mit in die Runde nehmen. Was gibt's hier hinten noch? Eine versteckte Truhe. Mit Zeug, was ich sehr dringend bräuchte auch. Stark. Das hol' ich gleich noch. Das ist auch eigentlich sehr wertvoll. Aber ich glaub, das probiert mir jetzt erstmal nicht mehr so. Wir laufen erst nochmal hoch. Das ist jetzt nichts auffällig. So, auf den ersten Blick. Na gut. Einmal zurückbringen, einmal den Rest einsammeln und dann geht's weiter. Wir haben ja auch hier noch. Na, ich will gar nichts zu nah dran. Wir können oben hören, wir können hier unten rein und wir haben drüben das. Okay, da kommt, glaub ich, noch etwas näher. Ich vermute mal nicht, dass jetzt direkt schon Ende ist. Also, das denke ich hier ist irgendwie gerade nicht so. Aber, sicherheitshalber. Ah, ich würde eigentlich gerne noch einen zweiten Speicherpunkt haben. Okay, machen wir. Hast du die nicht letztens auch so gemacht? Wir haben ja eigentlich alles gemacht, bis auf jetzt dieses Farmen. Ich glaub, noch nicht das Ende ist. Steck mal, da waren die einen schon ein bisschen davor, so hier. Oder, dass du nach dem Ende hier nochmal hin kannst. Hier ist doch irgendwo was versteckt. Wir können auch eigentlich mal unser... Genau, hier. 72, äh, 78% haben wir. Ach, haben die. Hier fehlt immer noch. Alles über 75. Teilweise sogar 100. 95 hier hinten. Gut, hier haben wir noch die Zeitquests. Zeitquests. Das ist eigentlich schon sehr hoch. Gut, da fehlt mal irgendwas. So ein Angelplatz oder irgendwas fehlt. Komm, drei Stück. Äh, das wäre geil. Hätten sie es hier einprogrammiert, dass sie hier direkt 10 Stück bekommen. 2. Komm, noch eine, dann könnten wir fast ein Rezept schon mal machen. Oder vier, dann könnten wir uns entscheiden, welches besser ist. Da komm noch ein. Ein einzig. Wie viele Fische haben wir? 24, 6, 7. Das ist der achte. Noch zwei Fische haben wir. Komm, bitte gehen. Oh, komm, einen. Ach, come on. Das ist eigentlich, wenn ich das so angle. Okay, so kann ich auch was angeln. Wow. Sogar einen richtig guten Fang. Okay, dann werde ich mich einfach mal auf Kazo hinsetzen und einfach mal durchballern. Komm, ich will sehr gerne noch den einen haben, damit ich den fast einmal durchhaben. Nichts mehr. Ich will es eben jetzt haben. Ich weiß, wie viel da oben so viel und drinnen und her, aber... Ach. Das ist mir doch eine meine Ruhe. So. Ähm. Ich glaube nicht, dass Ende ist, deswegen... Wir müssen uns noch mal kurz zurück... Und... Nichts mehr waren es zwei? Zwei. Zwei Stück. Dann gehen wir gleich noch mal, wenn wir runter gehen, dahin. So. Das ist... Ja. 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 Okay. Das war alles. Gut. Dann haben wir das schon mal erledigt, aber da unten können wir noch rein. So. Kommen wir erst mal hier an. Hier ist unsere... Rakete. Bei Essie. Bei Essie. Okay. Ah. Deswegen haben wir auch so viele bekommen. He. 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 Wenn ich jetzt alle verballert habe, dann muss ich jetzt auf die Suche gehen, wo ich noch welche finde. Ich hoffe, wir haben noch, sag ich mal, genug von den Malashares. Müsst ihr eigentlich aber haben, oder? Ich hab noch nicht alle verballert, die ich wollte. Ah, hier. Boah. Da haben wir noch wild genug. Da haben wir schon mal ein bisschen was rein. So. Fünf normale und einen großen noch. Groß habe ich keine mehr. Und fünf normale. Und drei Stück waren das davon. Ja. So. Jetzt fehlt nur noch ein einziger. Den haben wir nicht. Den müssen wir noch herstellen. Na gut. Dann... Dann... Nehmen wir die einen Tomate. Gucken wir mal unten, was wir da rausbekommen. Ich glaube aber dann, dass wir auf die andere Seite, auf die nächste Insel fliegen. Und da ist dann Ende. Flucht von der Insel. Ich weiß es noch nicht ganz. Wenn es dann jetzt zu Ende ist, dann ist es ja... Das habe ich auch damals gesagt beim letzten Mal. Ich würde aber schon gerne die 100% haben, bevor ich hier die Insel verlasse. Vor allen Dingen auch das ganze Farm und so weiter noch machen. Noch so viel Steinfarm und so. Ich muss den leider nehmen. Weiter können wir jetzt ein Rezept grabbrennen. Das ist... Schon nicht schlecht, dass wir jedenfalls das Rezept durch haben. Ein Rezept bleibt uns noch übrig. Gucken gleich mal in der Statistik alles nach, bevor wir da jetzt den letzten dann reintun. Den können wir ja ohne Probleme auch herstellen. Sondern was ist hier noch? Ach, hier komme ich durch. Hier kann ich nur hinten rum. Da komme ich auch noch hin. Das habe ich jetzt erst gesehen, dass man da auch hin kann. Da ist doch ein Eingang. Hm. Okay, wenn ich hier runterspringen, würde ich mich sterben. Aber ich kann hier durch. Och, es ist so eine schwere Entscheidung. Ich würde ja gerne jetzt einmal speichern, um dann zu sagen, hier... Ja, wir gehen mal rein. Gucken, was passiert. Und wenn es Ende ist, dann sind wir das schöne Ende. Aber wir machen noch nicht die 100 Prozent. Ich weiß einfach nicht, wie das Spiel auf dem Kopf ist. Das ist mein großes Problem. Oh, da ist was. Wie, hier gibt es noch so viele Sachen, die wir noch ganz kaputt machen können? Oh, schau, die Stadt schon gerade, da wäre was. Das sah alles irgendwie aus, als wäre hier was verkraben. Nice. Hier kann man gut mal... Ja, meine Scherz. Das ist hier auf der letzten Insel, guckt man richtig gut was und... was sich durch quetschen können. Ich gehe gerade noch mal zurück und gucken mal nach, was uns noch fehlen würde, wenn ich es jetzt nicht durchschaffe. Also wenn es jetzt schon vorbei ist. Ich gehe gerade noch mal nach. Mal gucken wir erstmal, was hier noch... Erfindungen haben wir alles. Ausrüstungen. Könnte ich eigentlich jetzt alles verbessern. Das ist raffig. So, wir müssen ja eh nochmal zurück. Dann könnten wir auch gerade 2 Bauholz und 10 Titanium anschalten. Dann könnten wir das jedenfalls auf 100% machen. So, wir müssen ja leider nochmal rüber. Wir werden nochmal hierher kommen müssen. Ich habe gerade keine. Das eine... Das eine einzige fehlt uns. So. Sammlungen. Hier sind noch 2 offene Plätze. Gold, 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 Gold. Einer fehlt uns aber noch. Immer noch. Da wird mal was kommen. Bauern. Okay. Ich hatte jetzt nichts mehr angefangen, weil ich nichts mehr gebraucht habe. Schatzuhr. Schätze fehlen uns noch richtig viel. Die sind noch nicht mal Silber. Jäger. Okay. Tierfreund. Okay. Da müssen wir auch noch schlafen. Ja. Gut. So. Die sind noch offen. Das Rezept fehlt uns noch. Und wir fehlen uns nicht mehr so viele, aber es fehlen immer noch welche. Ah. Guck mal, dieses Bauen. Muss ich mal vorbeilaufen. Da. Eingang, Krönung. Das ist ein zweimal Eingang. Wo werden wir nicht rein können. Drei Sachen fehlen uns hier noch. Kann man ja mal ein bisschen... Ach, und das Schloss werden wir niemals zu 100% hinbekommen. Ach, so. Uns fehlt ja noch das. Stimmt. Sonst wird hier das noch. So. Wir müssen uns ja eh einmal zurück machen. Stehen dann ein bisschen was an. Und gehen dann in die Pyramide. Und ich vermute mal das Anstellen, dass wir teilweise jetzt so lange dauern. Ja. Ich werde euch am Ende nur zeigen. Am Ende der Folge. Ich werde das immer noch am Ende reinschneiden. was jetzt rauskommt. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen miteinander. Ah, es ist... Es ist so eine schwere Entscheidung. Ja, ich möchte es sehr gerne beenden. Aber... Ich möchte zu 100% das beenden. Weil das Spiel hat jetzt sehr sehr lange was gemacht. Für mich. Spaß. Alles. Ja, vielleicht spiele ich jetzt auch noch ein zweites Mal. Könnt ich ja auch mal. So. Ab zum Anfang. So. Ich muss das mal nicht sagen. 3x Lamba. Den einen kann ich auch einschalten. Und jetzt brauche ich... 4 habe ich. Und hier kann ich... 7. Das wären 11. Würde ausreichen. Dann hätte ich das durch. So. Blätter fehlen uns knapp. 400. Jetzt haben wir 400. 70 Blätter fehlen uns. Ja. 470 Blätter. Titanium müssten wir sogar noch mal 35 Stück in den Keller machen. 230 Stahl bräuchten wir. Also wir müssten wirklich viel Holz farmen. Gut. Zum einen für die Blätter wäre es gut. Und zum anderen könnten wir dadurch das ganze Stahl zu... Äh... Eisen zu Stahl machen. Dann könnten wir das weg machen. 440 Ziegelsteine. Arschvieh. Und 380 normale Steine. Guck mal, wir brauchen fast noch 300... über 300 normale Steine, die wir fahren müssen. Und dann wären wir nur mit dem fertig. Und dann gibt es ja noch ein hinteres. Oder das letzte Gebiet. Das hier dauert ja jetzt alles gerade etwas. In der Zwischenzeit gehe ich kurz noch mal ein bisschen Holz hacken. Was besseres kann ich nicht gerade machen. Oder was anderes. Raums hat eben einmal jetzt voll. Und dann müsste das auch fertig sein. Dann verbessern wir noch die letzten Sachen, die wir da haben. Und dann geht es rüber ins... Zum Raketen... Äh... Zum Starten der Rakete. Zum Nachschauen, wo wir landen. Ich glaube, irgendwie noch nicht das Ende ist. Wenn ja, dann hätten wir es endlich geschafft, von hier wegzukommen. Ich farm einfach mal. Ich weiß nicht, ob es sonst was bringt, aber... Ich würde das gerne einfach noch machen. Noch einmal fähre ich zum Schluss. Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe immer, dass es noch nicht endet ist. Ich würde ja sehr gerne nochmal... Einfach... Die ganzen Sachen suchen noch. Die 100% suchen zusammen. Wo ist was versteckt? Wenn das miese ist. Ich kann ja jetzt sogar viermal, wenn ich die jetzt schon mal einen Tagesdruck schicken. Also das geht jetzt super schnell noch zu farmen. Die Sachen. Also gerade das Holz und so. Das ist sehr gut funktioniert. Das ist sehr gut funktioniert. Das ist sehr gut funktioniert. Wenn es noch nicht zu ändern ist, dann werde ich beim nächsten Mal, wo wir uns wahrscheinlich sehen, schon ein bisschen weiter sind. Ich möchte dann einfach hier alles vor farmen machen. Den Ball, wo ich dann alles rendere und die Folgen und alles. Ach hier oben ist ja auch noch unsere Farm. Müssen wir ja auch eigentlich schon ein bisschen was machen, aber hier ist doch gar nichts angepflanzt. Auf dem Bildchen müssen wir das auch mal angepflanzt. Auf dem Bildchen müssen wir das auch mal angepflanzt. Na gut. Das reicht auch jetzt. Was sind es denn? 20, 40, 60, 80, 100, 100, 140 Blätter. 140 Blätter. Da. Ich brauche noch 400 irgendwas. Guck mal, das geht richtig flott. Rein zweitig. Das ist immer noch nicht durch. Wir warten ja auf den. Dann gehen wir halt eben noch eine Runde fahren. Wir sehen uns aber gleich unten. Wenn ich alles soweit zusammen habe, dann gehen wir halt eben noch eine Runde fahren. Und dann werden wir dann in die Rakete starten. Also bis gleich. Ciao. Ich brauche die Schnellbehalt. Ich brauche die Schnellbehalt. Ich brauche die noch. Du kannst du mit pegarst. Oh, oh, oh. Was ist das? Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. So, und damit ein herzliches Willkommen nochmal ganz kurz. Ich hab einiges gefarmt. In der Zeit, wo das Ding durchgelaufen ist, ist es jetzt fertig. Das hat lange gedauert. Ich hab auch hier noch das letzte Öl und das Titanium. Ich hab auch sogar die 830 Blätter mittlerweile. Die Titanium und so weiter läuft auch einiges weiter durch. Es gibt aber kein Achievement. Das wäre meine Vermutung, es kommt noch was. Ich glaub eh noch nicht, dass es vorbei ist. Aber könnte ja gut so sein. Wir haben ja sozusagen davon jetzt gerade eben gespeichert. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Da haben wir den einen. Der ist sehr lang gebraucht. Ja. Wulgen. Komm ab zu. Enchen. Das ist zu schön. Fix the engine, ok, dann machen wir das in der nächsten Folge, oder? Ok, das habe ich eigentlich jetzt damit verloren, weil ich nicht wusste, dass da jetzt was kommt. Da brauchen wir dann unsere Bonus Sachen. Gut, das wissen wir dann, bis nächstes Mal.